Wenn du willst kannst du dein Kloß Fahr einfach vorbei Das ist ein Kloß Alles ok? Alter! Bleib liegen! Bleib liegen! Soll ich rufen? Alter! Nicht deine Tache! Was hat dir wehgetan? Ah scheiße! Hast du Protektoren? Der Protektor nicht geholfen hat Ja! Mal langsam! Bleib liegen! Was passiert ist? Ich bin mit dem Kopf gegen den Boden! Ist ok alles! Schau mal! Hier hier! Die Strecke! Hast du doch gesehen? Was machst du da? Da hab ich schon gedacht! Was ist los? Das ist doch nicht was passiert! Das sagt man in Köln so weißt du! Guck mal! Keine Chance! Ich hab erst gedacht! Ich hab erst gedacht! Ich mach den Nose da hin! Wir fahren jetzt mal gemäßlich runter! Dann fahren wir hoch! Dann setzen wir uns oben mal hin! Und trinken mal was! Okay! Ja! Voll gegen den Baum! Das ist doch schon passiert! Das ist anders als sonst! Du hast es auf dem Boden! Voll mit dem Kopf gegen den Boden! Du hast jetzt keinen Stinkgang gehabt! Das ist nur so eine Eierabschale! Haha! Alles geschafft! Richtig! Alter! Voll gegen den Baum! Der Rücken quasi so nach hinten überdreht! Das ist richtig! Alles ok! Ja! Mach mal langsam jetzt! Ich glaub ich war die nächste Zeit erst mal hinter dir die ganze Zeit! Ich bin da in der Kamera! Nee! Der ist sehen! Na gut! Jetzt hab ich zwei Sachen drauf! Hahaha!